So meine Lieben, ich befinde mich heute auf Ascreen Manor in Schweinfurter in der ehemaligen US-Wohnsiedlung. Da will ich euch mal zeigen, wie es da zwischenzeitlich aussieht. Ja, das war damals die ehemalige Einfahrt am Eastgate. Zwischenzeitlich ist da alles weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020